Und das, das brauchen wir gerade nicht. Naja, Barthaare. Kann man übrigens als, äh, kann man einfach hier reinwerfen in die Firepit und dann wird das Feuer quasi ein bisschen länger. Bleibt länger erhalten. Äh, ups. Das war Fehler. So. Das können wir auch noch ablegen, alles klar. Ja, das nehmen wir noch für den Weg mit, weil ich glaube, ansonsten hatten wir nichts zu essen, genau. Äh, warte, wir können hier noch einen Crop reinmachen, sehe ich gerade übrigens. Hätte gern noch einen Eggplant auf jeden Fall. Ähm, okay. Auf zum Touchstone hier rechts. Das ist quasi jetzt das Projekt. Damit wir eben auf jeden Fall respawnen, falls wir jetzt irgendwie down gehen sollten. Was ganz gut passieren kann auf dem kleinen Exkurs jetzt. Oh, ich hätte sogar übrigens schon mal hier die Dinger hier, die Butterflies legen können. Also ihr macht Linksklick drauf und Rechtsklick, dann pflanzt ihr die als Blumen. Wie gesagt, macht null Sinn, aber so funktioniert das hier zumindest. Da habe ich schon mal meine Freunde, die Bees. Ah ja, hier unten. Hätten wir sogar hier unten, ah, wir hätten uns das ganz leicht machen können und hätten hier unten einfach das hier legen können. Oder eins von den beiden. Ach, hier ist ein, Moment, hier ist ein Touchstone. Und hier oben ist auch einer, oder was? Das ist natürlich, das ist nicht schlecht. Und ich habe vergessen, einen Sledgehammer zu machen. Haha, der Giant. Komm mal her, hier. Kleiner Rascal. Jawohl. Je mehr man hat, desto besser. Natürlich auch von denen hier. Ah, ein Gnome, aber brauchen wir nicht. Ist halt wie gesagt nur für den Pig King, dass der uns noch ein bisschen Gold dafür gibt. Schauen wir mal, ob wir hier heile durch das Biom durchkommen übrigens. Die haben uns ja anscheinend ziemlich lieb. Die fucking Bees. Schauen, sieben Tage bis Sommer. Äh, bis Sommer, schön wär's. Bis Winter. Das heißt, ein bisschen Menür sollten wir uns noch sammeln, um dann auf jeden Fall noch Berries zu bekommen, bevor Winter eintritt. Moment, hier haben wir noch Filler. Die sind übrigens giftig, auch wenn man sie, ähm, kocht. Heißt, gehen auf eure Health. Deswegen würde ich davon abraten, die zu nehmen. Ah, einfach so zu essen, besser gesagt. Also dann schon eher. Da haben wir's auch schon. Dann schon eher eben als Filler benutzen. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Äh, den zweiten Touchstone, den können wir eigentlich noch lassen. Den können wir dann aktivieren, falls wir jetzt einmal draufgehen sollten eben. Jawohl, darauf wollte ich hinaus, dass unser Ding endlich mal kaputt geht hier, unser Bugnet. Dann haben wir einen weiteren Slot frei. Die Karotten lassen wir mal hier. Falls es, wie gesagt, supply-technisch dann irgendwie eng wird im Winter, können wir darauf zurückgreifen dann. Okay, den ziehen wir schon mal nicht aggro, das ist gut. Und genau, für die Drying Racks, Drying Racks brauchen wir ja auf jeden Fall Gras, deswegen hier auf jeden Fall nochmal alles sprichwörtlich abgrasen. Na, komm. Na, komm. Drying Racks voll einsetzen können. Dann können wir dann auch benutzen, aber ich geb's mal dem Picking, weil wir brauchen noch ein bisschen Gold für den ein oder anderen Blitzableiter. Das wäre jetzt dann quasi das Projekt. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Genau, wir müssen nur noch Drying Racks machen, das kommt dann, wie gesagt, gleich. Das hat noch ein bisschen Zeit. Weil, was ist, der Plan ist dann quasi, dass ich mir drei, vier Drying Racks mache, dann eben das Monster-Meat von den Spidern nehme ich und das hänge ich da auf. Und dann passt das alles natürlich, die, ähm, das Manür von den Beefalo wird dann für die Berries benutzt, dass da aus den Berry-Buschen, Büschen vor Winter auf jeden Fall nochmal was rauskommt. Dass wir dann auch Berries haben, die wir harvisten können für Filler. Ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Haben wir schon zwei Stacks an Gras? Ne, leider nur eins. 22. Ah, ich hätte den Razor mitnehmen sollen übrigens noch. Na, komm, machen wir noch. Geh nochmal kurz in der Basin, sowieso gerade in der Nähe. Dann nehmen wir auch den Razor mit, dann können wir noch ein paar Beefalo. Scheren. Ah, so, was haben wir hier eigentlich für einen Crop jetzt? Wir könnten auch Menür jetzt übrigens hier dazu geben. Ich glaube, drei Stück braucht man bei einer Improved Farm. Dann würde das quasi ein bisschen schneller sprießen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, genau, Logs brauche ich dann auch noch. Da kommen dann die Bee-Boxes, also alles wunderbar. Razor nehme ich gleich mit, keine Sorge, das habe ich nicht vergessen. Ah ja, na, komm. Den Baum hier, den gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Und schon wieder ein Vogel. Na ja, der geht teilweise relativ schnell, relativ zackig. Zumindest immer, wenn wir hier in der Nähe sind. Und von so einem kleinen Baum bekommen wir natürlich nicht viel. Das ist klar. Na ja, hat sich alle Mühe gegeben, immerhin. Und das ist, dass das zählt. So, vielleicht bekommen wir ja hier wirklich nochmal eine Morsel. Sehr gutes Timing. Dankeschön. Ja, machen wir hier ein bisschen Gras rein, weil ich habe jetzt gerade die Logs nicht gefunden. Da haben wir sie. Wunderprächtig. Machen wir die Berries hier rein. Das hier und das. Dann die Morsel. Predict. Meatballs. Herrlich. Dann können wir die eigentlich schon essen. Und nehmen dann das hier für den Weg auf jeden Fall mit. Also den Touchstone haben wir aktiviert. Wir gehen jetzt einmal Richtung Spiders hier unten. Ganz hier unten. Nehmen uns da einiges an Gras mit für die Drying Racks. Dann holen wir noch natürlich Menür mit auf dem Weg von den Beefalo. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Sache. Und das ist Logs. Und davon haben wir ja mehr als genügend. Moment, ich schaue mal kurz nach. Ja. Logs brauchen wir eben zum einen natürlich für die B-Box. Und dann für, also Boards, besser gesagt. Und die bekommen wir ja von Logs, also von den Trees. Und dann natürlich auch für die Drying Racks. Ah, Hallöchen Twix. Fast vergessen, dass sowas hier war. Ähm, Spear. In bester Bobby Lashley-Manier. Schauen wir mal. Sechs Tage bis Winter, genau. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, würde ich sagen. Wir schlagen uns ganz gut bisher. Hier haben wir auch noch Filler. Mehr als genug auf jeden Fall. Und wenn wir sowas sehen, solche Bäume, sollten wir dafür sorgen, dass die nicht mehr allzu lange genau das sind. So, dann schauen, dass die auf jeden Fall so schnell wie möglich hier den Weg verkleinert in unser Inventar finden, ohne Umwege. Blenden das Ding. Ja, sind auf dem richtigen Weg. So. Wieder eine Sache vergessen. Sledgehammer. Weil den können wir uns hier so nicht machen. Da brauchen wir wieder die Alchemy Engine dafür, glaube ich. Oder die Science Machine. Eins von den beiden. So. Das machen wir auch noch schnell. Obwohl, nee, Moment. Wir hatten hier unten... Ja, genau, hier unten haben wir den Touchstone. Das heißt, wir brauchen den Sledgehammer noch nicht. Den brauchen wir dann aber erst gleich. Hab ich den Razor? Hab den Razor vergessen, ne? Aber kann ich mir schnell einen machen? Geht das? Ja, gut. Also, das Gute ist, der hat... Den kann man unendlich oft einsetzen. Deswegen müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Aber, naja. Hab jetzt quasi zwei davon. Irgendwas macht da gerade ganz komische Geräusche übrigens. Aber das gefällt mir nicht ganz so gut. Das klingt wie, wenn im Winter, wenn der Screen langsam einfriert. Oh, die haben übrigens Hitze. So, das heißt, jetzt sollten wir nicht zu nah an die rangehen, weil die greifen uns sofort an. Und da sehen wir auch schon, die haben jetzt eben neue, ähm, neue kleine Beefalo bekommen. Aber gut, dass der sich im richtigen Moment so hingedreht hat, wie es für uns von Vorteil war. Ich bin einmal übrigens in meinem neuesten Walkthrough, bin ich einmal durch die Kollegen gestorben, weil ich hab's, ich wollte halt die Hounds wieder hier durchkiten und hab dann zu spät gesehen, dass die Hitze haben. Und dann wurde ich von den, von den Kollegen mal schön lieb gehabt. Aber wir haben hier übrigens heute die Chance für einen Koala-Fant. Wieder mal. Vielleicht klappt's ja diesmal. Mal schauen. Naja, wir können zumindest weitergehen. So, hier kann, hier kann man zumindest relativ leicht die Spuren sehen. Und wenn er hier in der Nähe der Küste ist, dann ist das für uns natürlich das Beste. Späschte. Jetzt haben wir den nächsten Dirt-Pile. Den verdächtigen Dirt-Pile vor allem. So viel Zeit muss sein. Ja, der scheint hier an der Küste zu sein. Das ist natürlich herrlich. Einmal im Kreis hier, oder? Wie sieht das aus? Ring around the Rosie. Gleich müsste dann auch die Nachricht von Wilson kommen, dass das Biest in der Nähe ist. Und dann... Müssen, genau, jetzt sollten wir ihn auch gleich sehen. Nicht, dass der jetzt hier in dem Beefalo steht. Da ist er. Problem ist, der rennt für euch weg. Deswegen versuchen wir ihn mal hier schön an die Küste zu kiten. Genau. Naja, renn weiter. Genau, jetzt nehmen wir erstmal das hier. Und unseren Spear. Jetzt kann er nämlich hier nicht mehr wegrennen. Das heißt, wir greifen dann... Na? Wir greifen dann hier einmal an. Man kann auch wahlweise einen Bumerang bauen. Dann greift man hier auf Distanz an und er kann eben nicht wegrennen. Moment. Bisschen nach unten. Nach unten! Genau. Ah Gott. Dieser Qualer-Fant hier. Den kriegen wir wahrscheinlich doch nicht, so wie es aussieht, ja? Nur einen Hit müssen wir reinkriegen gegen den. I sure showed him. Ja, ja. Bist auf jeden Fall der Beste, Wilson. Jetzt haben wir ihn doch, oder? Jawoll. Ja. Nervig, ey. Nervig, dieses Vieh. Mehr jetzt. So, jetzt aber. Genau. Okay. Einmal angreifen, dann wegrennen. Oh Gott, wer vermasselt uns? Na komm, greif an. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Wegrennen. Eins, zwei, drei, vier. Wegrennen. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Damit haben wir ihn. Äh, so. Wo haben wir jetzt unseren Darmuser-Backpack? Okay. Das müssen wir natürlich jetzt wieder equippen. Übrigens, normalerweise wollte ich ja die Beefalo rasieren. Wenn die allerdings Hitze haben, dann bin ich mir da nicht so ganz sicher. Normalerweise wachen die ja nicht auf, aber... Äh, wenn man das halt... Normalerweise macht man das so, man macht halt eine... Eine Firepit. Oder ein Campfire, besser gesagt, hier in die Nähe der Beefalo. Und, ähm... Dann nimmt man den Razor raus und rasiert die. Normalerweise wachen die nie auf, wenn man die rasiert. Aber bei Hitze bin ich mir unsicher. Deswegen warten wir mal noch. Warten wir am besten mal damit. Und natürlich, wir haben jetzt gesehen, wie viel so ein Koala-Fant letzten Endes droppt. Das ist einiges. Und deswegen macht es auf jeden Fall auch Sinn, den Kollegen so früh wie möglich sich anzueignen. Und das Gute ist, der Koala-Feind-Trunk, wenn wir den, äh, braten, gibt er uns 40 HP wieder. Deswegen war ich eben auch gerade so geil auf den Kollegen. Und er gibt uns hier ordentlich was an Meat. Also kein Monster-Meat, sondern reguläres Meat. Und das können wir natürlich auch wunderbar in ein Meat-East-Doo verwandeln. Das ist quasi nur Fleisch. Und gibt eben die meisten HP und, äh, das meiste an Essen zurück. Ich glaube wirklich 40 oder so. Habe ich ja vorher noch erwähnt. Das ist schon sehr gut. Und apropos, nehmen wir uns mal ein paar Meatballs hier. Ja, haben genügend für eine Torch. Eine weitere haben wir noch im Inventory. Genau. Und ich werde mal noch zum, ich mache mal kurz hier ein Campfire. Und dann hole ich mir noch das Menü hier ab. Können wir auch als Fuel benutzen natürlich. Und dann berutzeln wir uns das hier kurz. Man kann es auch als Breezy West übrigens benutzen. Ist ein Hoch auf 80 AP direkt wieder, das ist herrlich. Äh, man kann es auch als Breezy West dann übrigens benutzen, was uns noch ein bisschen mehr, ähm, Wärme gibt im Winter. Oder man, wie gesagt, haben wir ja gerade gesehen, wir kochen es und wir bekommen 40 HP, damit wir da zurück. Und ich glaube, das ist momentan auch gerade die beste Investition gewesen, die wir hätten machen können. Habe ein paar Mal Schaden genommen, war ein bisschen blöd, aber wir haben es ja überlebt. Und das ist die Hauptsache, so. Wie gesagt, rasieren werde ich die Kollegen jetzt nicht, wenn sie noch paarungsbereit sind. Das können sie vielleicht auch falsch verstehen, wenn ich die Kollegen dann anfange auf einmal zu rasieren. Deswegen lassen wir das mal. Ohlala, jetzt haben wir nämlich ein Problem, genau. Wir haben ihn aus Versehen geaggroht, weil wir ein bisschen zu nah an ihm dran waren. Aber vielleicht können wir den ja in die Spinnen kalten, das wäre natürlich herrlich. Ja, ihr lasst ihn auch nicht so schnell locker, wie ihr hier sehen könnt. Also einmal aggro gezogen, ist das schon echt nicht gut. Wobei er langsam aus seinem Biom raus ist. Willst du mal aufhören jetzt so langsam, oder wie? Oder wie sieht's jetzt aus? Moment, wo sind die Spinnen? Ah, ein bisschen weiter rechts. Sogar dieses kleine Vieh verfolgt uns. Ich glaub's ja auch fast. Genau, ist klar. Ich glaub, wir müssen wirklich auf den Weg gehen, um den loszuwerden, so wie es aussieht. Übrigens, keine Waffen jetzt wechseln. Das wäre wahrscheinlich der Tod. Weil dann sind wir kurz gestunnt, wir können uns quasi nicht bewegen und der würde dann quasi auch angreifen. Naja, wir müssen auf den Weg gehen, ansonsten werden wir den Kollegen hier nicht los. Unseren geheimen Verehrer. Ey, so nah war ich doch gar nicht an dem dran. Das kann mir doch keiner erzählen. Naja. Aber wir sehen's ja, er ist auf jeden Fall ein Stück schneller als wir. Ey, langsam hab ich echt Bock, der irgendwie ein paar Mal mit dem Spear 1 abzugeben, ganz ehrlich. Verdient hättest du es auf jeden Fall für die Aktion hier. Ist der Weg lang genug? Also G-Set. Ja gut, okay. Hat zum Glück nochmal abgelassen, der Kollege.